Hallo, willkommen zurück, mein Name ist Chris, wir spielen Halo und Zeit, wann habe ich das denn? Ich möchte gerne auch den Erfolghafen für das Schild hinschmeißen. Brauchen wir, denke ich mal, nicht mehr allzu viel, ich habe das schon ein Paar mal hingelegt. Die ist leer? Ist hier was zum Nachladen? Okay, nehmen wir die mit. Ne, ich glaube es war keine Schrotenplinde. Mehr Verbannte? Warum sind sie hier? Zum Schutz der Vorbotin. Offenbar. Wird es klappen? Was denken Sie? Wenn Sie wüssten, was ich... Oh, ich verstehe. Sarkasmus. Sie sind lustig. Nicht meine Waffe. Wir müssen die hier irgendwann gegen andere ersetzen. Sarkasmus. Sie sind lustig. Sarkasmus. Heyu. Warum treffe ich den so gar nicht? Es ist noch einmal Nein Nein! Gefühlt höhlich, dass ich so als ob der ganz nah bei uns ist. Okay, haben jetzt 50 mal geworfen. Sehr gut. Ich würde lieber den Greifhack nehmen, den finde ich einen Tick besser. Ja, das versuche ich auch gerade. Ja, aber wir leben wieder. Nicht meine Waffe. Okay. Wenn Sie wüssten, was ich... Oh, ich verstehe. Sarkasmus. Sie sind lustig. Der ist ziemlich weit weg. Hier. 13 Schuss. Kannst du bitte mal umkippen? Ja. Tot? Jetzt? Unsere Befehle lauten wie Vorboten, um jeden Preis zu schützen. Kämpft! Ich bin kein Grunt oder Brut. Ich bin ein Krieger! Ah! Oh! Meine Stärke wird dich überwältigen. Ja, das ist nett. Was hat der... der Diva von... Wir brauchen mal neue Waffe, denn die ist fast leer. Oder Munition passt auch. Wir nehmen die. Halt, ich hab's gleich. So. Ich meine, wir sind jetzt fertig. Wie wenig. In der Buh-Waffe. Oh! Das ist doch ein Ding, ach. Weckw. K圣schung. Ich bin nicht dran. Oh. Ich bin nicht dran. Ich bin nicht dran. Was war das denn bitte? Ach stimmt, die hatten wir schon mal. Wo ist es? Hier oben. Hier haben wir Munition. Ach so, wenn ich traffe ist die gut. Was liegt da für eine Löffel? Okay. Wir bleiben bei der, die ist gar nicht so verkehrt. Die Reformation muss weitergehen. Sehen Sie, das Hologramm. Es sieht wie die Spitze über uns aus. Wir sind auf dem richtigen Weg. Oh, die war ein bisschen doof. Ich reiste die Stücke. Du machst mich wütend. Nein. Vermichtet ihn. Nein. Echt wie? Die ist leer? Ja. Wir sammeln ja ein bisschen Munition ein. Die mag ich nicht. Was ist das hier für ein Klackern? Gefang? Nein. Die, die sind nicht nur in dieicasen. Nein. 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 Aber. Wir gehen mal längst lang. Mir ist gerade zum ersten Mal aufgefallen, dass hier rechts bei der Waffe ein Display ist und angezeigt wird, wie viel Stacheln da noch gefördert werden können. Vorher nie gesehen. Krass. Okay, ein bisschen Munition rum. So, wir machen erstmal den ein. Sehr gut. Und wir halten fest. Von der anderen Seite wären wir auch hierher gekommen. Hatten wir die schon mal? Wir nehmen sie mal mit. Ist da hinten einer? Echt? Ja! Das wird weiter. Das ist das Ende! Hm. 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 Das war's nicht. Ich suche das und das. Da ist er! Was haben wir hier? Was haben wir hier? Es passt weiter mit denìgen. Ja. Die Waffe da oben ist nicht verkehrt. Hey. Da unten können wir nachladen. Kein Problem bereiten. Ja. Ja. Hinter uns ist was? Wo kommt der hier? Irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wie ein Bauwerk wieder waren, das war gefühlt auch so aufgebaut. Wir laden noch einmal nach. Und ging ein kleines Stückchen weiter und sind gespannt, was passiert. Wir wollen da hin. Wir müssen vorher nach dort. Ach so, ich dachte, sie springt drauf, macht irgendetwas und wir dürfen sie so lange verteidigen. Aber nein. Es ist eine. Normalerweise. Jagen die immer ein Rudel. Das ist doof. Oh. Haben wir echt nur 7 Schuss? Oh. Hat ein Fest, hier geht es nicht weiter. Finden wir da Munition? Wenn das nicht noch ein zweiter wäre? Ich meine, wir waren mit denen hier vorne. Oh cool! Hey! Äh, cool! Kann ich da schnell aufstehen? Schnell! Warum? Ich dachte, sie sind getarnt. Dementsprechend etwas unsichtbar. Irgendwie... ... 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 geschafft aber es sind so viele echt jetzt kannst du kein erzählen man kann runter fallen das ganze noch einmal okay wir gehen dann hier runter haben noch ein bisschen mission vielleicht sogar tick mit decken versuchen wir die waffe komm jetzt her wir können nicht runter fallen ah die ist echt nicht verkehrt darf nie treffen öffne die schild das hat jetzt aber gedaubert und Was ist das? Jetzt braucht das vieles Lämmer. Okay, sind wir fertig? Ich meine. Hat für mich die gleiche Entfernung. Oh, wir nehmen vielleicht aber eine andere Waffe mit. Okay. Jetzt muss ich mal gucken, ob da hinten drunter auch was ist. So. So, da muss ich jetzt voll. Der Nexus ist ganz in der Nähe. Hier lang. Ah, das hast du da drüben nicht gesagt. Hm. Nix. Hätte ich schwören können, dass da was sein muss. Da gibt es aber neue Munition. Vielleicht auch noch eine andere Waffe. So. Wir bleiben bei dir. Okay. Hatte Angst, dass es weg geht und wir runterfallen. Dann. 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 Wir warten darauf, etwas Größeres zu werden. So viel Potenzial. Herausragend. Es ist gefährlich. Natürlich. Ich schlage keine Planänderung vor. Aber Sie sehen es, oder? Ich sehe nur ein Problem. Das glaube ich nicht. Ein Teil von Ihnen muss die Größe dieser Leistung erkennen. Sie sind keine Maschine. So ungerührt können Sie nicht sein. Was ist nötig, damit Sie mir vertrauen? Ich. Wer ist die Spitze? Wenn Sie meinen. Hm. Wären Sie überrascht, wenn es nicht leicht wäre? Rhetorische Frage. Dieser Lift wurde deaktiviert, um uns aufzuhalten. Wir müssen ihn wieder betriebsfähig machen. Wollen wir nach oben oder unten? No. Wenn Sie mir überrascht, lassen Sie mir vermeiden. Wollen wir nach oben? Nachte sicher, nah. Wollen Sie auf dasselberéren? Wollen Sie sich mal aus? Okay, wo versteckt ihr euch? Das ist es, was ihr mir gebracht habt. Da ist kaum noch etwas dran. Er gehört dir. Tu mit ihm, was dir passt. Tatsächlich tut ihr das. Wurdest du in diesem Turm ungerecht verhandelt? Mensch. Wir sind einander nicht unähnlich. Ich kenne die Ungerechtigkeit genau. Verurteilte Verbrechen, die nicht deine sind. Bitte, ich will das nur... Stimmt. Ich werde schreiten. Und du wirst zuhören. Ich werde ein Stückchen. Ab und zu sind die genauso ziel sicher wie ich. Okay, und los. Kann ich das Ding schmeißen? Mal da, schau her. Toll. Das ist ja besonders gut gelaufen. zuhören. Bist du wirst. Jetzt aber. Das ist ja besonders gut. Bis zum Hälsignal. 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 So, das ist drüben, jetzt müsste es nur noch wir schaffen. Bringen Sie Cortana vom Schiff. Schützen Sie sich vom Feind. Wenn Sie sie kriegen, haben Sie alles. Waffenforschung. Einsatz der Streitkräfte. Die Erde. Einfach alles. Die haben mich aber überrascht. Woher kamen die? Was ist das? Wie die anderen waren sie schnell, geschickt und mutig. Ein geborener Anführer. Aber Sie hatten etwas, das Ihnen fehlt. Etwas, das niemand außer mir sah. Wissen Sie was? Glück. Da war es nur noch einer. Nur Staub und Echos. Es ging nicht anders. Staub und Echos? Wir haben den ersten Ring zerstört. Aha. Ah. Tut mir leid. Ich weiß nicht, wie Sie weitermachen können. Ich habe keine Wahl. Vielleicht bin ich so programmiert. Wenn Sie hoch sind. Ich habe keineaugen. So. Tschüss. Können Sie mich verheeren, ist Johan Rockfall? Können Sie mich sterben, ist Johan Rockfall? Was ist da oben erwartet? Das hat geklackt. Sie haben es geschafft. So wie jedes Mal. Dieses Mal komme ich nicht mit. Wir sollten aufeinander aufpassen. Und das haben wir. Sie hat mich gerettet. Aber ich konnte sie nicht retten. Sie geben sich die Schuld. Okay. Passiert was. Ah. Wir dürfen hier draufdrücken. Sind Sie da sicher? Sie wird von mir wissen. Ich werde angreifbar sein. Das könnte gewaltig schief gehen. Ich passe auf dich auf. In Ordnung. Schon okay? Halser Alarm. Sie ist nicht... Warum bekommst du das Unausweichliche? Ordnung steht bevor. Die Reformation ist ein neuer Antrag. Hilfe! Schief! Das Auditorium wird alles preisgeben. Die Endlosen werden wieder unter uns wandeln. Ich kann nichts tun. Das wird... Ich... Red Flag. 034. Was tun Sie da? Shaka. Sie sagten... Sie sagten... Ich werde dein Team. Ich dachte, wir wären ein Team. Okay. Darum kümmern? Sie wollten sich um mich kümmern. Sie wollten mich löschen. Und du hast mich aufgehalten. Uns alle in Gefahr gebracht. Nein! Ich hab uns gerettet. Ohne ihre Hilfe. Die Reformation. Ja, ja. Sie hat begonnen. Na und? Hier. Sehen Sie mal her. Infiltrationsprogramm. Alles klar? Du hast das Protokoll missachtet. Was stimmt nicht mit ihnen? Ich wollte nur helfen. Uns beiden. Das war es wert. Egal was soll's. Da ist die Schwerkraftlift. Bringen wir es hinter uns. Oh, ein bisschen Licht. Ich bringe es ganz runter. Um dann wieder ganz nach oben zu kommen. Oder sogar noch höher. Oder sogar noch höher. Okay. Das Enzephalon des Illuminats hat seinen Zweck erfüllt. Die Reformation hat begonnen. Nichts kann sie aufhören. Hier sind wir oben. Man wird sie finden. Okay. Ja, hier ist der Sprachfehlerkick wieder. Hier an dieser sympathischen, schönen Stelle. Machen wir für heute Schluss. Ich bedanke mich bei dir für's Zusehen. Schön, dass du dabei warst. Gerne kommentieren und abwunden dir beim nächsten Mal dabei sein. In diesem Sinne. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Bye.